Hätte, würde ich nur den Multi zocken. Der Story Mode interessiert mich irgendwie gar nicht. Ich hoffe aber, dass durch Doom wieder der Trend zum extrem schnellen Shootern wiederkommt. Der Ice Cream Man ist da. Es kommt ja auch bald wieder, ähm. Oh, wie hieß es? Boah, sag mal schnell. Hm. Ach, schade, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ist auch ein Klassiker. Nee, nicht System Shock. Ach man, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Verdammt. Auf jeden Fall, für den PC kommt so ein schneller Shooter. Geht er raus. Zu extrem schnell. Also bei Doom MP komme ich gut klar, besser als bei COD. Er wundert mich, weil... Uah! Ja, kurz Neuro-Rap. Weil du musst doch schneller als, äh, COD. Das du damit besser klarkommst. Warte, muss ich hier schon lang? Nee, oder? Geht mir doch wieder falsch. Muss ich hier, glaub ich, erst später hin, oder? Ja, das geht, mein Internet ist zur Zeit nicht so gut, also bin ich eher gebunden, mehr Kampagnen zu machen. Ja, das ist halt so extrem scheiße, ey, wenn du dein Internet nicht so erfundst. Ja, nee, okay. Der Story-Mode von Doom geht ja auch echt lange, ne? Also ich hab's ja schon beim Streamer, bei meinen Stream-Kollegen, Kalle, gesehen. Der hat ja den Story-Mode gespielt. Und der geht recht lange, ey. Ich dachte, das wäre so'n, ja, so'n 6-Stunden-Ding. So halt so'ne, wie ne Kampagne bei COD halt, ne? Kenn ich ganz so früher. Na, Schnuggi? Ja, ja, das ist der Herr, der Herr, der Herr ist ja. Komm, den Baller schwägt. Guck mal auf den Sack. Achso. Warte mal. Anscheinend gibt's keine Stromzufuhr. Ich hab's gefallen. Ja, Glasfaser erreicht uns ja bald. Weil Doom eigentlich auch mehr auf Story-Modus raus ist. Ja, der ist wirklich lang. Nee, Jens. Ich glaub nicht, dass Doom wirklich auf Story setzt. Wenn eben wir, komm gleich wieder. Jo, bis gleich. Also Doom war schon sehr auf Multiplayer eingesetzt. Deswegen war ich ja so verwundert, dass die, äh, die Story-Modus lang ging. Ich mein, so viele Hunsiche ja Doom nur wegen dem Muskel. Batsch! Oh, mit dem Magnum-Wandy jetzt schon tot, ey. Voller Blut. Hä? Ich bin da raus hier. Nein. Hä, was muss ich denn jetzt hier machen? Doch, war schon in den anderen Teilen auch so. Jedenfalls ist das den Entwicklerwichtiger anders als bei COD. Bei COD, da ist ja diese Kampagne immer so halbgar. Also, die haben, die machen, glaub ich, mit, die Kampagne, um zu sagen, sie haben eine. Aber ich find's irgendwie geil, dass mittlerweile COD nicht mehr so beliebt ist. Dass die Leute sich nicht mehr die ganze Zeit von diesem, ja, immer von demselben geil machen. So, und endlich mal sagen, so, ey, uns reicht's. Überlegt euch mal was. So. 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 Achso, jetzt sind wir wieder hier. Ey, wo ist denn der letzte? Scheiße. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. gebracht Scheiße, wo ist denn der letzte jetzt? Oh, denk nach Trolls, denk nach Wo waren wir letzte? Wo waren wir? Dauscht doch direkt mit Tum an Mann Ihr seid so assis ey Ich weiß gar nicht was ich mir als erstes holen soll Doom oder Uncharted Ah, hier ist der Tank Ja, bitte weiter Mitnehmen Oh, er hat mich Er hat mich vergewaltigen Verreckt Uncharted kannst du mit Denise, Bianca und mir Multiplayer spielen Ja, aber das kann ich ja auch bei GTA Online Also nur deswegen jetzt Uncharted 4 zu holen Weichen Vor allem der Multiplayer Ist der so geil oder was? Ich mein, ich hab ja auch schon bei den von Uncharted 3 Gezockte Bayern So semi-geil irgendwie Ahja Ach ja schon wieder, ich flip aus Ich hab mich ja leider gespoilt Ich hab mich ja leider gespoilt In einer Person Ahja, die verrecken ja nicht mehr Dann tu's so rein Ja Ja, ich darf jetzt nicht rennen Jetzt muss ich mich echt konzentrieren Nicht, dass ich renne ein Vor allem bin ich so Agro drauf Jetzt auch noch so langsam rennen Das geht gar nicht Er hat mich nur gekriegt Ich flipper Ahja Ich komm jetzt auf die Karte gucken, ob das der richtige Weg ist Ne Noch eine rüber Ich fache Ich darf mich nicht Ich darf mich nicht Hau ab! Hau einfach ab! Nur ganz ruhig bleiben Jules, ganz ruhig bleiben. Rechtslang. Ich hoffe, das ist nicht so ein Fliegeding. Und wir haben es geschafft. Ja, dann tust du es doch so rein. Jetzt noch schnell den Generator aktivieren. Weg hier. Ah, das ist die letzte Sist! Oh mein Gott! 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 Umlegen! Im dritten hätte es auch noch umlegen können! Joe, ich komme Hey Joe Chris Jill Chris Chris I know Chris 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 Ich will wasken, dass ich trete. Wesker. So, du bist gekommen. Chris, du machst mich stolz. Aber natürlich bist du ein von meinen Leuten. Danke. Seit wann, Wesker? Ich bin Angst, dass ich nicht, was du sprachst. Seit wann haben sie dir einen Geld verdient? Ich glaube, dass du ein bisschen verletzt bist. Ich habe immer mit Umbrella. Und Stars waren Umbrellas. Nein, eher meine kleine Piggie. Der Tyren-Virus verletzte, um das ganze Ort zu verletzieren. Und, införsendlich, musste ich meine liebenen Mitglieder von Stars. Du hast Enrico mit deinen eigenen Händen geschehen! Gott, du scheiße! Enrico? Ja. Ich bin ein Mensch. Ich werde alle von euch starben, mit diesem ganzen Ort. Eww. Zeit für Show-and-Tell. Auf geht's. Dein das The ultimate life-form. Tyrant. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Wesker! Whoa! Whoa! Come on, you test tube freak! Geil, I only have a pistol here. No problem. In the eyes, in the eyes! Oh, oh, fuck it. Oh, my God. Oh, that's what I'm talking about. Oh, that's what I'm talking about. Oh, that's what I'm talking about. Oh. Nein! Fuck, ich hab kein Leben mehr. Yes! Kleine Bitch. Hat der irgendwas verändert? Nein. Okay, Orange. Ja, bitte öffnen. Und jetzt einfach abhauen hier. Beobacht zum Wesen die Entdeckung des G-Virus erfolgt 21 Jahre nach der Anwendung des Progetionierung Virus. Der Prototyp Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich bekommen ließen, wurde das Testobjekt verabreicht. Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jeglichen Beeinträchtigung zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototyp Parasit verbrachte einen Inkubationsteil von 21 Jahren im Körper des Testobjekts. Dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht die evolvierte, ein angemessener Wort. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelangen die Ablagen als Verfahren zur Entwicklung des G-Virus, das die Leistung von T weiter übertrifft. Dies war der Durchbruch, der die zum bio-organischen Wahrheit prägen würde. Ich kann es gar nicht abwarten, Alexia mit der Veröffentlichung meiner Forschung Endgült in den Schatten zu stellen. Ja, da wirst du noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Birkin. William, den kennt man schon, ich weiß nicht, für zwei. Das ja auch gerade hier auf diesem Kanal gestreamt wird. Heute sogar auch. In 10 Uhr. Danke Jens. Bist ein guter Wingman. Und GZ an dich für Augen 18. So, jetzt holen wir schnell Jill ab. Dann holen wir ab. Ja, speichern. Man weiß ja nie, was noch fast kommt. Wenn du musst noch mal irgendwo gucken. Und dann verwickel ich und dann ist alles umsonst. Mhm. Decrease. Ach geil ey. Hab ich es heute noch durch ey. Richtig Porno. Porno. Ja. Seht ihr schon wieder gute Laune. Ich hab wirklich nicht gedacht, dass ich das noch schaffen. Ach komm. Die Pistole lasse ich jetzt einfach. Die beiden nehmen wir mit. Oh ey. Acht Schuss. Okay. Nächstes Spiel in sich. Ja, das wird die große Frage sein ey. Also ich mach mich schon die ganze Zeit darüber Gedanken, was ich als nächstes streame. Ich glaube ich werde erstmal äh. eine Pause machen müssen. Ich weiß wirklich nicht was ich streame soll. Ich werde eine Pause machen. Ich werde für die Camps sparen. Vielleicht werde ich auch so weit gehen, dass... Hä? Das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Ich glaube ich hab den Schlüssel vergessen ey. Ohhhh. Ich... Ich könnte schon wieder ausrasten ey. Vielleicht warte ich auch ab äh. Jetzt bin ich schon wieder auf die falsche Tür. Äh. Was technisch im Plus raushaut. Wenn da ein geiles Spiel dabei ist. Was man zu spielen könnte. Und werde ich das auf jeden Fall machen. Aber bis dahin manchmal so einen... kleinen Urlaub. Das heißt aber nicht, dass hier im Stream äh gar nichts mehr gestreamt wird. Denn meine Chefin wird jedes Mal äh. Und äh. Auf jeden Fall noch ein bisschen String. Zurzeit macht sie äh Resident Evil 2. Und äh. Ja was macht sie eigentlich noch? Sie hat vor Heavy Rain. Auf der PS4 zu zocken. Naja ich gehe Bio 1 zocken. Wird nebenbei am Menü bloggen. Jo. Zuerst. Hier ist doch irgendwo ne Schlüssel. Wo ist Gern? Du hast doch hier so ein Schlüssel. Oder die Computer. Ach da liegt er doch. Oh man ey. Fail. Sind jetzt rennen. Die letzten Meter und ne. So ein Fail ey. Ja. 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 Für mich ist ein Abonさん. Du hast gefallen. Du hast gefallen. Du kannst Gern. Gehô. Ich hab Online. Wenn du vorlesen möchtest, dann rechen wir die Bohne... Ich kann von mir aus, dass alle kommen! Ich werde ihnen noch wegrennen... I coming for you, I will break you. ich habe einen kuss und schönen schmatzer nicht mal nur umarmung was ist das was ich bin für sie durch die hölle jetzt sind wir beide unterwegs ich bin jetzt lang kurz überlegen jetzt rennt sie vor oder was fast wie vorne erst nur so hilflos sein und dann wenn sie frei sind können wir los wie schnell ist die sprinte bitte kennt auch kein team oder adios jetzt mal gucken was haben wir jetzt noch hier schönes gar nicht so leite hoch und weg stadt über die schulde mitgenommen egal Nein. Nein. Prüfen. Ein grünes Kraut. Was nur so normal ist. Ich renne. Ich will hier nicht bleiben. Batterien nehmen wir mit. Oder Sicherungskasten. Das ist auch so assi, ne? Stell dir mal vor, du hättest ein volles Inventar. Wir müssen nochmal zurück klatschen. Ich will sie sich um sie zu nehmen. Aber Chris, du bist einfach mit Brad zu kommen. Okay. Ich würde nicht darauf achten, ich würde es chooses. Ich bin nicht. Ich werde es runter. Ich werde es nimmt, der sich auf ihn befestigt. Ich würde es gleichzeitig nicht erinnern. Ich werde es gut. Ach, jetzt geht es mir. Aber das ist eigentlich so. Ich werde es nicht in Magistbad, sondern ich werde es nicht mehr. Ich werde es nicht. Ich werde es nicht mehr. So, Leuchssignal, in die Mitte, in die Mitte, kann man gar nicht mehr in der Kamera. Finally ey! You okay? So, Leuchssignal, in der Mitte, in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Oh mein Gott, danke Jens, BÄM, mein zweites Spiel So ein Arschloch-Game, ey, nee, hat schon Bock gemacht Rücken schrecken Ja, das war's mit mir Ich will jetzt kurz meine Statistik sehen Sieben Stunden, okay Verbraute Fahrtbänder Kämpfen Sie jetzt ums Überleben mit den Funktionen aus der Prototyp-Version Der Modus, echtes Überleben wurde freigeschaltet Inventar-Bocken sind nicht mehr verbunden Alles was Sie hineinlegen können Sie nur am selben Ort wieder entnehmen Ja, sicher Außerdem müssen Sie jetzt manuell zielen Diese Funktion war Teil an der Prototyp-Version von Resident Evil Leck mich doch Ja, dann schau ich bis zum nächsten Mal Ja, ja dann schau Schau und bis zum nächsten Mal Jo, hau rein, Gonzo So, danke fürs reinschalten Kleiderschrank, ja, intrigue uns nicht Wir sehen uns Ja, wie gesagt, ich mach jetzt Die längere Stream-Pause Bis ich endlich mal weiß, was ich genau streame Vielleicht hab ich auch da schon die Cam Mal gucken Ich will bis später, jo Bis später Jens Ja, es geht jetzt gleich beim Jens weiter Heute Abend auch bei Denise hier Mit Resident Evil 2 Ich danke Ihnen fürs reinschauen Fürs durchhalten Echtes Überleben Umfassbar, ey Wer sich das antut Respekt Ja Leute Ich Mach jetzt die Artmod Es ist endlich vorbei Ein Fazit ziehe ich jetzt nicht zu dem Spiel Ich glaub, jeder weiß, was Was man von dem Spiel erwarten kann Ist ein gutes Remake Steuerung ist manchmal wieder so hakelig Wegen der Kameraführung Aber sonst ist es eigentlich Es ist ein Klassiker, ne Ich weiß, wenn man die Chance hat Das HD-Remake Anstatt das Original zu spielen Dann würde ich lieber zum Remake greifen Ist halt noch ein bisschen hübscher Und der alte Klassiker ist auch super Ja, den hab ich auch schon gezockt Auf der PS3 Und der ist super Immer noch Nach all den Jahren Naja Leute Wir sehen uns Wir rischen uns Wir hören uns Wir lesen uns Und damit Wir sehen uns Wir sehen uns Wir sehen uns Vielen Dank.